In Nigeria stehen sich Muslime und Christen feindselig gegenüber. Muhammad Aschafa und James Wuye, ein Imam und ein Pastor, tun was dagegen. Dafür haben sie den hessischen Friedenspreis bekommen. Zum ersten Mal ging der Preis an zwei Preisträger. Am Wochenende waren sie mit ihren Ehefrauen in der Mainzer Pauluskirchengemeinde zu Gast. Imam Aschafa und Pastor Wuye berichteten, wie sie von religiösen Feinden zu Freunden wurden. Vor zwölf Jahren haben sie das Interfaith Mediation Center in Nigeria gegründet. Das Center bildet Teams aus, die zwischen Christen und Moslems vermitteln. Durch den Einsatz der Geistlichen hat sich die Lage in Nigeria entspannt. Der hessische Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Seitdem die EKD ihr Familienpapier veröffentlicht hat, steht es in der Kritik. Bei einer Podiumsdiskussion in Mainz diskutierte Mitverfasser Volker Jung unter anderem mit dem früheren Verfassungsrichter Hans-Joachim Jentsch. Jentsch sprach sich gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften aus. Kirche und Politik müssten zwar alle Formen des Zusammenlebens respektieren, aber an der traditionellen Ehe festhalten. Kirchenpräsident Jung hielt dagegen. Die Aufwertung homosexueller Partnerschaften bedeute nicht, die Ehe zwischen Mann und Frau abzuwerten. Der Streit um den Sonntagsschutz in Hessen geht weiter. Jetzt soll das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Grundsatzentscheidung treffen. Das Land Hessen hat Revision eingelegt, denn bis zum Sommer durfte in Callcentern, Brauereien und Bibliotheken auch sonntags gearbeitet werden. Die EKHN begrüßt den Weg der Landesregierung. So würde eine Grundsatzfrage rund um den Sonntagsschutz geklärt werden, ob er zur Sache für den Bund wird. Mit dem Reformationstag geht das EKD-Themenjahr Toleranz zu Ende. Bis zum Jubiläumsjahr 2017 wird jedes Jahr ein neuer Schwerpunkt gesetzt. Jetzt folgt Politik und Reformation. Ein Thema, das auch innerhalb der Kirche wichtig ist. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau ist eine politische, aber sie ist auch eine fromme Kirche. Und ich denke, Glauben und Politik, das Handeln und die Spiritualität, die gehören zusammen und so ist das auch bei uns. Die sogenannte Luther-Dekade der EKD hat 2017 ihren Höhepunkt. Dann ist es genau 500 Jahre her, dass Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht hat.